Walter Centeno-Korea ist ein ehemaliger kostarikanischer Fußballspieler und Rekordnationalspieler seines Landes. Centeno feierte 1995 96. beim Erstliga-Aufsteiger AD Berlin seinen Einstand in Kostarikas höchster Liga. Schon ein Jahr später stand er im offensiven Mittelfeld der Spitzenklubs Deportivo Saprissa auf dem Platz und kämpfte um die Meisterschaft. Er blieb dem Hauptstadtverein treu bis auf einen Ausflug 2002-03 nach Griechenland zu AEK Athen, wo er 14 Ligaspiele absolvierte. Mit AEK durfte er auch in der Champions-League-Gruppenphase mitwirken, wo sein Team die Gruppenspiele ungeschlagen überstand und er sich mit zwei Toren in Gastspielen gegen Real Madrid und Rom feiern ließ. Nach seiner Rückkehr begann seine erfolgreichste Zeit. 2004 wurde Saprissa Meister und er wurde zum Spieler des Jahres gewählt. Und im Jahr darauf gewann man dann den Champions Cup von Mittel- und Nordamerika. 2006 wurde man erneut Meister. Zur Nationalmannschaft Costa Ricas gehört Walter Centeno seit 1995. Er gehörte zum Kern von neun Spielern. Die 2002 bei der WM in Asien dabei waren und auch wieder im Aufgebot Costa Ricas für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland standen. Mit 101 Länderspielen gehörte er zu den drei erfahrensten Spielern des Kaders. Mit seinem 125 Länderspiel am 1. April 2009 im WM-Qualifikationsspiel gegen El Salvador wurde er Rekordnationalspieler seines Landes. Insgesamt hatte es bis 18. November 2009 auf 137 Länderspiele gebracht. Titel und Erfolge CONCACAF Champions Cup Sieger 2005 Kostarikanischer Meister 1998-1999-2004-2006 Spieler des Jahres in Costa Rica 2004 Siehe auch Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen Fußnote Die FIFA zählt nur 135 Spiele, da die Spiele beim Gold Cup am 18. Januar 2002 gegen Martinique und am 11. Juni 2007 gegen Guadeloupe nicht berücksichtigt werden. rsssf.com 137 Spiele Körper 3 6